Oh mein Gott, eine Wolke in meinem Zimmer! Ah, ich sollte mal hier Liquid reintun. Jetzt bin ich ready! Leute, was geht ab? Back in dem Game, remember my name. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start. Heute ist es etwas bewölkt. Und rauch ich? Oh mein Gott, das Ding raucht immer noch. Und ja, der Titel stimmt. Ihr könnt mein Auto bekommen. Wisst ihr noch die guten alten Zeiten mit dem Renault Megane der dritten Stufe? Die Mecca Springs. Es war zu köstlich. Wie viel Scheiße wir mit dem Wagen gebaut haben. Ich habe diesen Wagen geliebt und gepflegt. Okay, ich habe mich auch sehr oft darüber aufgeregt. Aber auch nur, weil ich französische Hersteller jetzt nicht so geil finde. Aber dieses Auto war einfach der Wahnsinn. Und das könnt ihr bekommen. Kennt ihr jemanden? Vielleicht eure Eltern? Freunde, die 18 sind oder einen ersten Wagen gebrauchen könnten? Und wollt ihr dann mein Renault Megane abkaufen? Da mein Opa ja leider verstorben ist und ihm der Wagen gehörte und ich mir jetzt meinen eigenen gegönnt habe. Den Corsa. Bin schon abgehoben, ne? Viele sagen jetzt, jo, gönn dir doch den. Aber nee. Ich möchte daraus so eine Community-Aktion machen. Kennt ihr vielleicht jemanden, der dieses Auto haben möchte? Wir haben den so auf 6.000 Verhandlungsbasis angelegt. Wir haben auch welche gesehen. Die bieten den für 8.000 an. Ich habe gesagt, ey, scheiß drauf. Wir bieten den für 6.000 an. Und wer Bock hat, kann sich gerne melden. Ich habe nämlich und auch hier eingeblendet meine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ihr Bock habt, diesen Wagen zu besitzen, ihr könnt mich natürlich auch auf Instagram anschreiben. Weil da hängen echt viele Erinnerungen dran. Dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail und dann gucken wir mal, ob wir eventuell Anschauungstermine machen. Natürlich wird es dann auch ein Treffen mit mir geben. Ist ja ganz klar. Der Wagen hat hinten sogar noch Angel draufstehen. Das wird nicht entfernt. Und ich denke, es wird ein Maccas-Prank mal wieder in diesem Megane geben. Aber erst dann, wenn der verkauft ist. Das heißt, es wird einfach ein McDonald's-Prank geben mit einem von euch, der meinen Wagen fährt. Oder die Eltern fahren den. Und keine Ahnung, wir bauen hinten oder nebenan ein bisschen Unfug. Das wäre überkrass. Wie krass wäre das bitte? Das Ganze wird natürlich auch verfilmt und auf meinem Kanal Angel hochgeladen. Übrigens, der Wagen ist super gepflegt. Super gepflegt. Mein Opa war immer sehr, sehr, sehr kritisch. Was die Hygiene des Wagens anging. Wirklich, der Wagen ist top. Der ist quasi wie neu. Ist gerade mal, ich glaube, 20.000 bis 30.000 Kilometer gelaufen. Und das ist für einen Wagen echt wenig. Wie gesagt, wer Interesse hat, gerne auf meine E-Mail melden. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, folgt meinen anderen Kanälen. Ich habe einen Gaming-Kanal, einen Review-Kanal. Alles in der Beschreibung, wobei um mich drum verlinkt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Gönnt euch meine anderen Videos. Wir sehen uns Sonntag wieder, denn da gibt es einen kleinen Vlog. Ich sage mal so wahrscheinlich Sonntag. Vielleicht auch Samstag. Haut rein. Bis da, was ich mag.